Hallo und herzlich Willkommen zu Battlefield 3 Aftermatch. Mit mir dabei, der Vollpfosten, wovon er steht. Hallo! Er hat mich verarscht, ich wollte eigentlich Plünderer spielen. Oh ja, da ich den Modus gar nicht mag, hab ich mir gedacht, wenn ich schon am längeren Hebel stehe, dann sorge ich dafür, dass kein Plünderer läuft. Was spielen wir denn überhaupt? Kongress. Oh Mann. Ich hab's gar nicht mehr, jede halbe Minute da irgendeine Waffe zu suchen und hoffen, dass der andere keine Schotter hat. Ja, weil du nicht kannst, weil du in der absolute Flasche bist. Also nicht, dass du Flasche, sondern dafür, dass du nicht übergeben bist. Nee, der Modus ist viel geiler. Oder mal Rush oder so. Du wirst nicht erleben, dass ich Rush bin, das kannst du vergessen. Achse Rush. Nee. Nein, 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 nein. Das sind alle Sunnies. Warum werde ich nicht geholt, bin ich jetzt mit unseren Leuten wahrscheinlich weggerannt. Ah, die Stelle auch. Weil ich denen erzählt habe, dass du mich geärgert hast und dass du dich geherniert wurdest. Ja, lass mich liegen. Das Team könnte es nicht an sich, hätte ich dich gerade noch mal abgeschossen. Na, ich geh mal zu B. hoch. Ah, ist so schön, wenn es nicht läuft. Ja, renn nur weg. Renn um dein Leben, mein Freund. Ich komme wieder. Wusstest du nicht, ob der jetzt hier steht oder nicht? Ja, er hat erst weggerannt. Er wird aber jetzt gleich wieder kommen. Ähm. Ein von dir in C. Ja, ich hänge gerade bei B-Festbuchen. Da, da, genau hier bin ich. Oh mein Gott, ein Erdbeben. So, was war das? Arschloch. Hinter uns! Jetzt mal ohne Spaß, wo ist der hin? Der ist weggerannt, kannst du dir... Nee, da kommt auch... Nee, doch, der ist weg. Kommt auf jeden Fall keiner, eben. Der ist rechtslanggerannt, glaub ich. Wahrscheinlich wurde er schon gekillt oder so. Nein, 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 hier ist er langgerannt. Ach, da kommt er außen rum. Ganz, ganz... Ganz wilder hier jetzt. Komm, überraschen wir hier mal. Also bei mir ist er nicht. Ich hab keine Ahnung, auf jeden Fall ist er hier langgerannt. Dann wird er schon draufgegangen sein. Ich geh mal zu Arl, das blinkt. Gehst du mit? Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Alter, hörst du jetzt mal auf... Ah, da geht's in die Richtung. Ja, aber das sind noch Gegner. Ja, dann lass die Gegner noch Gegner sein. Da sind noch mehr. Ich will kills. Bin killgeil. Hm. Okay. Ah, genau, genau hinüber, genau hinüber. Ja, ja. Bin schon hinter ihm. Okay. Na, ich log mal hier runter. Boah, stirb doch! Da drin ist einer, der hat nicht mehr viel. Kannst du mich holen? Da rennt weg, genau. Merci. Da kommt noch mal einer. Ah, hier bin ich. Nicht blocken. Ah, gegenseitig. Ich lieg wieder da. Ich auch. Ah, scheiße. Mann, die kamen jetzt von allen Richtungen. Was willst du denn da machen? Oh, wie schön er an der Wand klebt. Na dann. Jetzt holt ja keiner. Und's mag keiner. Alter, ich bin gesprochen und bin gleich in eine Sniper reingelaufen. Geil. Na, verreckspast. Ich leg da. Kommst du da hin? Ah, wahrscheinlich nicht. Ich hab's nicht gesehen. Alter, hab ich mich jetzt verarschen. Jetzt bin ich's zweitemal gesprochen. Hab schon wieder. Leben verloren, ja. Alter, was geht denn hier ab? Nein, 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 nein. Mann, wo kommen die jetzt schon wieder her? Boah, das sind ja ewig viele bei... Oh, man. Oh, ich lade nie wieder nach. Oh, ohne Witz, außer wenn nicht gezogen wird. Um's Spiel. So eine dumme Angewohnheit. Ja. Schon wieder hier. Wird's mir zum Verhängnis gleich. Ich halte die ganze Zeit doch den drauf. Ja, und es passiert nichts. Also ich hab das Gefühl, dass wenn dieses Erdbeben... ... und du wirklich, äh... ... eins gegen eins kannst, dass du da echt reichst. Ja, Hilfe mal! Vielleicht auch nicht so viel Rede. Alter. Alles easy. Alles tot hier. Ich glaub der Sound ist zu laut von dem Spiel wieder. Ja. Was ist der Hammer? Jetzt hätt sich das wieder umgestellt, oder was? Mit so kurz und zur Online-Stellung. Ähm... Ich hab' erst mal alles reanimiert, was hier tot rum lag. Jetzt komm' die da mit dir... ... komisch... ... Fahrzeug an. Und du du... Ja, du bist schon weg. Ja, nimm' mir an was geht. Wir brauchen ja Männer. Hm. Hm. Pfeilende, hohe, kam von da hinten. Alles klar. Wollen wir doch grad mal ne Granate hin. Kommt's nächster, oder? Die krieg' ich verfickte zweimal Niederhaltung, ey. Ja. Oh man. Aaaaaaaah. Aaaaaaaah. Nein, und ich guck' nach oben. Aaaaaaaah, da komm' schon mit dem Dauer voll um die Ecke. Da steh' da in der Bauer. Weilst du irgendwo da bist? Ja, ich laufe in die Richtung. Na, ich geh' über das Gerücht. Wer nicht den Anfang findet. Oh ja. Warte mal. Ich hab' hier so ne böse Vermutung. Das wäre. Ich hab' irgendwo ein Spawnbreak gehört. Aber ich find'n nicht. Ach man, die Bobs stehen doch alle da rum. Ja, ja. Das ist aber auch jetzt Spawn. Na, na und? Na egal. Ähm, da würde ich nicht raus. Guck' mal ums Eck, wie's geht. So. Ach, noch einer. Ah, hinter uns kommt einer. Ich bin dort. Ach, dieser Sniperficker, hey. Mann. Ach du, der ist immer noch da beim Gerücht. Dann hol' ich mir jetzt, glaub' mir. Dann hol' ich mir jetzt, glaub' mir. Wenn das das Letzte ist, was ich tue. Hä, wo ist der jetzt hin? Das war nicht das Neuverfall. Ach, gell, wahrscheinlich war das der. Ähm. Ach, die können auch hier durchkommen. Ne, dort. Geil. Liegt zwischen A und B. Da war einer auf dem Gerücht. Der rennt grad weg. Wie so'n kleines Mädchen. Ja, ich lieg' ungefähr drei Meter hinter dir. Ah, okay. Geil. Kannst du mich nicht noch kurz re-riven oder so, bevor du dann ganz zugrunde gehst? Ah, Alter. Ich wollte den Distribrilator noch schmeißen, aber äh. Boah, ist das ein Kämpfer. Ging da nicht mehr. Da stehen alle auf dem Gerücht rum und warte. Achtung. Ah, wir haben fast nichts mehr. Sollte vielleicht mal woanders hin, außer A. Okay. Ne, ne, ne. Oh. Oh, Mann. Scheiße. Scheiße. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Und Leute, mit sowas muss ich zusammenspielen. Schaut euch dieses Dilemma an. Ah, komm, das kriegen wir noch. Den kriegen wir noch raus. Viel Spaß. Ich geh mal vor, aber mir hände ich nix mehr. Also im Render Gegner. Bitte jetzt nicht wieder in den Rücken. Erstmal D retten. Es blinkt hier, aber ich glaub... Ich glaub, das ist ein Fehler. Ja. Da ist ein Fehler. Na, woher jetzt nicht drauf schießen. So. Da oben ist die Sniper. Hab sie doch schon gesehen. Ach. Spaß, dass ich wieder nicht bewegen kann. Und ich hab noch einen rausgeschossen. Find ich cool. Dumm, dass da noch ein paar mehr waren, aber... Ja. Ja. Du warst jetzt wirklich die ganze Zeit dahin und hast probiert, das Auto rauszunehmen. Oh doch. Oh doch. Oh doch. Wenn du jetzt wieder reinfahren kannst du das. Achtung. Jetzt gib jetzt mal Gas. Das ist so. Ah, ja. Jawoll! Da ist das Ding. Oh oh. Du kannst durchfahren. Du kannst durchfahren? Da kannst du durchfahren? Das ist ja zu blöd, das ist normal aber. Ehrlich gesagt, zu Fuß bin ich schneller. Auf mich schießt! Ja, auf mich zu schießen! Ich will lieber die ganzen Gegner, die auf mich schießen hier! Oder? Ja, überall, keine Ahnung. Rechts oben. Von dir aus. Camperse oder einer ist er, glaube ich. Alter. Hab ich. Ja, aber shit, diesem Mal häng ich wirklich fest. Nee, das gibt's nicht. Ich... Ja, dann hol mich bitte wieder. Lass doch das Auto stehen. Achtung, oben kämpft immer noch der gleiche Spacko. Und wartet auf besser Wetter oder irgendwie. Oh, nicht drifft ich jetzt, naja. Das geht eben nicht. Jog, ich verruft. Jog, ich bin nicht, nein. Ja, das ist die Sache. Na, das war verspreiden. Jog, das war so unauffällig, ich glaube. Jog, das war so unauffällig, das glaube ich gar nicht. Soll ich was einnehmen. Ich glaube, das würde vielleicht was einnehmen, das ist für jemand dieses Game. Aber noch nicht nur ein bisschen, das ist. Alter. Allerdings gibt es wieder keine Granate für mich. Warum? Ach, ich habe die vorgeworfen. Nein, warum schieh ich nicht weiter? Was machst du? Ja, ich habe doch schon mein Wohnmobil Startweibach. Nein, das kann ja nicht gut werden. Ja, ist genau. Ist klar. Ja. Wir überleben das und die kommen alle von uns hinten. Ja, das ist der Hammer. Die sind alle da rechts gespawnt. Ich gehe nur auf. Ich gehe ganz. Ich spawne nie wieder bei dir, mein Freund. Ich spawne nie wieder bei dir. Ja, äh, du, man spawnt ja auch nicht, wenn man, äh... Ja, überall sind sie, gell? Ach, schade. Ja. Naja. Hab nicht umsonst hier drin nicht standen und geschossen. Und nur weit, Informationshalber. Äh, die haben uns gerade das Auto geklaut. Jo. Nicht so schlimm. Die Leute krieg ich schon ziemlich geil rausgeschossen. Wuuu. Heee. Oh, das gibt es einen Multi-Kill. Komm schon. Ich höre doch schon, wie sie mit dem Vater hier drinnen rumgeiern. Ja, dann schießen wir sie raus. Kein Problem. Oh. Hehehe. Oh. Was denn? Alles cool. mal ein bisschen in der Gegend ich versuche nur in die Ruhe runterzukommen wo ein Gegner, hab ihn hey warte mal, hier kommen wir zu unserem Spurm, wir müssen da lang jetzt krieg ich den Tisch nicht kaputt oder was? bitte fahren uns in die nächsten Links ok, da müssen wir mit Schwung durch nein nein Recycling auf eine andere Weise oh man ey aber wird geil alter dich lass ich nicht mehr fallen lieber das heute fährst du was machen wo fährst du hin, lass das lieber sein würde ich an deiner Stelle nicht du und Autos, das ist das ist das geil nein 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 ich lieg da wenn du mal die Tränen im Gesicht rüst gewischen hast dann kannst du mich mal runter alter du wippst immer noch mit dem Ding runter wie lange du dich erfreust da dran das ist so langsam recht beeindruckend was einfach nur göttlich aussieht was einfach nur göttlich aussieht die Gegner sind so nett und tun dir das Auto zerstören ja, danke wer auch immer das war und es vielleicht sogar gerade sieht, danke äh hinter uns ich weiß nicht wo ach der, oh ja genau der hat nicht mehr viel richtig gewohnt mich hat er gleich wieder geholt bei mir hat er noch 100% gehabt ne das weiß ich von der Anzeige, saß überm Kopf sah das so aus ach so das hat er nicht mehr viel ah, das ist noch ein kleiner Bug wer hätte das gedacht schießt doch wieder irgendwas hier ist schon neu hier kannst du ein neues Auto nehmen ja komm ich komm Autofahren, 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 Autofahren Autofahren alter du küsst halt hier weg von meinem Auto das fahr ich, das fahr ich, das fahr ich ja auch zwar ein bisschen aber das, das gehört so geht so gut ab geht so gut ab hahaha so gut, so gut die Map gefällt mir irgendwie am besten für Konkurs ich bin die richtig beschissen, die Karte aber für Konkurs find ich die Ewigkeit aber für Konkurs find ich die Ewigkeit ich bin sehr ärgerlich, dass du alle holst aber sie dich nicht aber ja das liegt wohl eher nicht an der Map was bin da ah ne das ist jetzt Pionier verdammt, aber der kann mich holen aber nein tja ja noch mal hier mal ganz unaufhältig über die Straße Kräuter ok jetzt haben wir den Dingern keine Kills mehr hängen krieg weil vielleicht hier keiner mehr ist ok könnte einer erklären sein so sind sie Köln bei den Konzern Lange aufweiten in der Artikel nach dem Tor das ist dort was war jetzt aber ich hatte mal wieder Pech ich bin gesprungen gestorben ist was ist das war ein gewohnt man Sprung oder Was geht jetzt hier? Dass sie das mit dem Pech nicht auf die Reihe kriegen hat, das finde ich ziemlich ärgerlich. Oh scheiße. Ja, aber was willst du machen? Kannst ja nichts dagegen tun. Ist ja das Problem. Na, ist halt ein wenig traurig. Weil, so gesehen ist es ja richtig geil, alles gemacht, aber das mit Pech ist halt echt ärgerlich. Okay, ich glaube ein Code wäre es schlimmer. Ja, darüber brauchen wir uns ja wohl nicht zu unterhalten. Ja, wenn du da eine Abschussserie hättest oder so und Pech. Ah nein, fuck! Kurz vor dem Ding, weißt. Ja, das ist klar. Das wäre leicht ärgerlich. Oh, das ist ein Sniper, die schießt genau nicht. Ha, plan to play. Sniper. Und das nochmal einer. So ist jetzt mein Fahrzeug kaputt gegangen, ohne dass jemand drauf geschossen hat. Pech? Keine Ahnung, da unten kommt eins. Das ist ein Scheiß. Ah, das ist zu weit weg. Da steht wieder keine Granate. Na ja. Gehen wir hier mal wieder weg vom Spawn. Ach, das ist doch alles wieberkacke und Froschscheiße und... Ja, es ist vorbei. Ich habe nicht gegessen. Da, 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 da... Ah, ja. So, gucken wir mal auf die Uhr. Alles klar, ich würde sagen. Ja, muss jetzt auch los, genau. Ich... Ich verpiss mich wie heute. Ja, ich wünsche euch noch einen schickeren Abend. Äh, ja, was der andere da macht, der Typ da, der immer im Ohr sitzt, weiß ich nicht. Ja, da, das ist auch. Auf jeden Fall. Macht's gut. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.